Alter, es kommt was voll aus dem Bildschirm raus. Hab ich was genommen oder was, Mensch, hey? Hey, Kinder, was gehen bei euch hier ab, Junge? Willkommen zu einem weiteren Teil der Dummdödel-Challenge. Ich soll mir ein Auge abkleben, hat Muni geschrieben. Werde ich machen. Ich werde das linke Auge aussuchen. Ich habe mir hier ein Klebeband geholt. Ach ja, failed. Ich muss eh erst kurz mein Auge zukleben, nicht wahr? Da habe ich mir von meiner Freundin hier so ein Ding geklaut. Ich bin sowas von bereit für diese Scheiße hier, Junge. Ich überlege gerade, ob ich das Auge trotzdem aufmachen soll. Dann sehe ich halt diesen weißen Bums. Aber die Wimpern kratzen an dem Teil, das ist ein bisschen behindert. So ist es halt im Erwachsenen. So, ja, ich lasse es zu. Hallo, Kinder. Kann ich hier mal an? Ich werde ja bald blind auf dem Auge. Allein dieses Gefühl von diesem geklebten Scheiße im Gesicht. Ist fucking delicious. Ich bin ein Pirat. Hoffentlich ist die Runde nicht schon voll am Laufen. Doch, ist sie. Scheißegal, Handicap. Los geht's, zählt. Die Runde zählt. Fick auf alles. Wir sind Terroristen. Oh Gott, das ist echt... Kling, kling. Das ist ja ein Bot gewesen. Okay, aber immerhin habe ich einen. Wow, das müsst ihr echt mal ausprobieren. Ich dachte, na gut. Ein Auge abkleben, das ist ja eher wie kein Auge abkleben. Aber hey, nein. Wow, vor allem dieses Umgucken schnell auf den Radar und sowas. Ey, 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 no chance. Oh Gott, zum Glück habe ich den noch bekommen. Wow, das wird später voll eklig, wenn ich das Auge wieder aufklebe, ne? Also, wenn ich es aufklebe, wenn ich es wieder aufmache. Wisst ihr, wofür die Augenklappen bei den Piraten waren, sind, äh, waren? Oh Gott, Alter. Ich sag's euch, die waren dafür, dass sie unter Deck besser sehen konnten. Man hat Auge X abgeklebt. Und somit konnte man dann, wenn man das die ganze Zeit abgeklebt hatte, mit Auge X, wenn man runtergegangen ist, unter... Alter! Unter Deck, ja, konnte man mit Auge X besser sehen. Dann hat man die Augenklappe verschoben. Einfach das andere Auge zugedeckt. Und somit konnte man im Dunkeln dann deutlich besser sehen, dass das Auge schon an die Dunkelheit gewöhnt war, ja? Das wollte ich jetzt immer so gesagt haben. Ich kenne mich nämlich ein bisschen aus mit Geistergeschichten. Oh, ich war, ich war aber sogar im Rot. Ich war Erster. Ey, ich bin froh, wenn ich den Wichs wieder ab von meinen Augen... Okay, das ist jetzt ganz komisch, aber du kannst... Ich bin froh, wenn ich das Ding wieder von meinen Augen abnehmen kann. Mein Auge crippelt sich gerade kaputt. Oh, ey, wisst ihr was? Das kommt mir gerade ein bisschen 3D vor. Was ist denn hier los? Wenn ich auf die Entfernung gucke, kommt das so voll... Alter, das kommt voll aus dem Bildschirm raus. Habe ich was genommen oder was, Mensch, ey? Ey, das müsst ihr ja ausprobieren. Zoom mal, ich kann da hinfassen. Was ist hier los? Das darf doch eigentlich gar nicht... Das kann doch... Das macht doch gar keinen Sinn. Scheiß die Wand an. Okay, okay, aber ich kann noch... Ah! Ich kann noch gewinnen. Ich kann noch gewinnen. Ich kann das Ganze hier noch locker gewinnen. Und denkt gerade, die hatten sogar einen Kill-Vorsprung oder so. Also ich habe mit richtig krassem Handicap gespielt. Keine Ahnung, wie ich den bekommen habe. Ich habe eigentlich mit den anderen gezielt. Geh weg. Hör auf. Ich will das hier gewinnen. Ha! Lächelich! Nein, 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 nein! Bam! Ja, ich habe ihn noch gefickt. Ich wollte gerade sagen, in den Mund. Sag mal, macht mich diese Augenklappe irgendwie pervers? So, sie sind ganz schön pervers geworden, seitdem sie die Augenklappe tragen. Ja, ich weiß, ich sehe nicht mehr so gut. Bam, bam! Piech! No Chance. Alter, es kommt mir echt 3D vor. Es ist doch unnormal. Es kann doch gar nicht möglich sein. Ah, Moment, halt. Natürlich. Wenn man beide Augen... Wenn man ein Auge verschließt, nimmt man die Tiefe nicht mehr wahr. Beziehungsweise nimmt man sie nicht mehr so wahr wie mit beiden Augen. Wandelt sich das dadurch dann einfach in 3D? Oder was ist da los? Oh Gott, ich bin so fucking good, bro. Nein! Er klaut ihn mir einfach, Mann. Ich brauche ihn doch. Oh Gott, Leute. Das wird sowas von die Eierkopfscheiße hier. Oh! Nein, er kommt um die Ecke. Warum macht er das? Ich kann mein Gesicht nicht so geil... Ich kann keine Grimassen machen, weil ich abgeklebt bin. Leute, ich habe nur ein Auge gerade zur Verfügung, ja? Es ist schwierig, euch da richtig zu killen. Okay. Okay, okay, okay. Ich glaube, ich kann es noch holen. Mir kann ich nicht. Oh! Okay, einer unserer Mates hat Knife. Das ist schon mal schlecht. Alter! Alter! Fuck! Okay. Warte, Tyler hat einiges verloren. Ah! Ich sehe auf dem Auge blau und auf dem rot. Tja, also es ist soweit. Ich habe verloren. Ich werde, sobald ich wieder sehen kann... Ich werde vor dem nächsten Video... Vor der nächsten Dummdödel-Challenge... ...wird dann die Bestrafung geschehen. Bevor ich das nächste starte. Würdet ihr das Ei sehen, wie es auf meinem Kopf zerplatscht? Ja, also dann vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Denk dran hier. Eier, Schambo, ja, am Start. Alle Hauptgaben. Ciao! Ciao! Ciao!